Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Was ist die Bedeutung des Lebens? Wie können Sinn, Erfüllung und Zufriedenheit im Leben gefunden werden? Wie kann man etwas von Bedeutung erreichen? Viele Menschen hören nie auf sich diese Fragen zu stellen. Jahre später schauen sie zurück und fragen sich, warum ihre Beziehungen in die Brüche gegangen sind und warum sie sich so leer fühlen, obwohl sie vielleicht sogar das erreicht haben, was sie sich vorgenommen haben. Doch das ist genau der Punkt. Wir leben alle viel mehr für die Zukunft als für das Hier und Jetzt. Was bringt es dir, wenn du vielleicht ein eigenes Ziel erreicht hast, aber dafür die gemeinsamen Ziele mit Freunden, Familie oder Partner vernachlässigst und ersetzt werden und du am Ende alleine dastehst und niemanden hast, mit dem du deinen Erfolg teilen kannst. Das Wichtigste in unserem Leben sind Menschen, die hinter uns stehen und uns immer pushen und immer alles geben, dass es uns gut geht. Es sind diejenigen, die immer da sind, in guten wie in schlechten Zeiten und genau auf diese Menschen solltest du deinen Fokus setzen. Gib einen verdammten Scheiß auf diejenigen, die nicht zu 100% dich unterstützen und nicht zu 100% ehrlich zu dir sind. Diejenigen sind es absolut nicht wert, in deinem Leben zu halten. Fokussiere dich auf die guten Dinge und Menschen in deinem Leben und sei glücklich mit dem, was du hast und denk nicht nur an das, was du nicht hast. Denn das, was du hast, ist 100 mal mehr wert, wie Dinge, die vielleicht in Zukunft noch auf dich warten könnten. Wir können leicht, wir können leicht, wir können leicht sein. Wenn wir wollen, können wir leicht sein.